Und damit will... Komm zurück zu Star Wars Jedi Survivor. Warum komm ich da nicht ran? Geht doch. So. Wir können jetzt also hier weiter. Oder auch nicht. Dann können wir hier weiter. Hier hoch. Aber von hier komm ich doch. Macht ja gar keinen Sinn. Aber wo? Da irgendwas übersehen? Nee, da komm ich dann da hoch. Da muss ich lang. Also muss ich doch da hoch. Aber macht das Sinn von da aus? Aber hier kam ich doch nicht rüber. Oder jetzt doch. Unentdecktes Gebiet. Aber da kam ich doch gar nicht lang. Markierung. Achso, die Markierung kann ich entfernen. Da oben kann ich lang. Aber komm ich da rüber? Aber... Markierung kann auch entfernt werden. Danke. Muss ja nach da hinten. Nee, ich glaube es macht doch Sinn hier lang zu gehen. Ups, das war die falsche. Heimisch. Lass mich hoch hier. Ja. Ja. Oh. Augen nach oben. Hier auf. Greife den Zweig an. Er läuft so schnell aus. Okay. Bring mir zu Ende. Ich werde dich erledigen. Boah. So, jetzt müssen wir nochmal... Ja, falsche Taste. Muss also doch hier sein, wo ich weiter kann. Ah, der Wind ist da. Ich könnte eine Pause gebrauchen. Ja, das ist gar keine schlechte Idee, so eine kleine Pause. Einmal ausruhen. Bleiben wir in Bewegung. Der Weg sieht doch gut aus. Okay. Ich darf schon nicht hier da runterfallen können. Naja. Ein bisschen Licht. Ich habe getan, was ich konnte, aber da vorne ist eine imperiale Einheit. Ich dachte, ich warne dich besser. Klingt gut. Nach dir. Ich bin normal. Die Tür ist verstoßen von der anderen Seite. Mist. Ein Aufständischer. Wenn du ohne Angehörig bist, die ist noch nicht. Was ist der Maß der Weg? Erfasse Ziel. Los, Attacke. Wieso? Die weist geschickt aus. Die Schaden verwundert. Ich bin bestätigt. Er war bestätigt. Ups. Weg mit dir. Was macht sie da jetzt? Was für eine Hexe. Schaffst du das? Nicht ohne Hilfe. Dann ist es gut, dass dieser Weg die Winde führt. Hier drüben Kerl. Willst du das auch? Die Ruinen singen. Es kommt aus der Kammerdart. Dann musst du einen Weg hineinfliegen. So bin ich in die Kammer gekommen. Kommst du auch rüber? Nein, sie kommt nicht rüber. Okay. Dann kommen wir hier. Dann gehen wir mal links. Das ist der Weg. Oh Gott. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Sonst ist es. Ich bin nicht im Weg. Ich bin nicht im Weg. Ich bin nicht im Weg. Okay, jetzt sind wir hier in irgendeiner Höhle. Und hier können wir auch noch hoch. Okay, von wo kommt jetzt der Wind? Von da? Okay, das bringt mich nicht weiter. Ah. Ich wollte gerade sagen, wo muss ich lang? Was zur Hölle? Da komme ich doch niemals hoch. Okay, und jetzt? Ah, da. Ah. Hup, 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 hup. Jess? Wo muss ich denn lang? Hä? Oh, oh, da macht er den Segler. Wo muss ich denn lang? Hm. Hm. Hier und jetzt? Bin ich wieder hier. Ah. Musst du da runter? Okay. Okay. Da geht nix. Willkommen zurück. Hey. Das imperiale Arbeitslager auf Masa. Die Garnison ist halb leer. Die Garnison ist halb leer. Wir können zuschlagen, bevor Verstärkung eintrifft. Klingt vielversprechend, aber... Maren und Gree sind bisher immer noch nicht auf dem Schiff. Sobald sie es sind, sondiere ich die Lage und sie können sich ausruhen. Kel, du weißt, dass sie niemals ruhen werden, wenn du in Gefahr bist. Du gibst niemals auf. Und das inspiriert uns alle hier. Aber du darfst nicht vergessen, dass sie dir folgen, wohin du sie aufführst. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit viel gedrängt, aber seit Grease verwundet wurde... Was Grease zugestoßen ist, ist nicht deine Schuld. Aber seitdem bist du leichtsinnig. Ich mache mir Sorgen, dass einem von euch etwas Schlimmes zustößt. Es ist gut, dir deine Angst einzugestehen. Aber lass sie nicht deinen Pfad bestimmen. Konzentriere dich auf den Moment. Wähle deine Richtung und handle mit Entschlossenheit. Und egal, wie die Chancen stehen, glaube immer an dich. Kel. Vertraue dir selbst. Vertraue auf die Macht. Ganz genau. Wo bin ich jetzt? Okay, ich bin irgendwie hier rausgekommen. Springe und drücke B, um zu sporten. Springe und drücke B, um zu sporten. Um weiter durch Windböen zu springen. Ach so. Aber warte mal. Ah. Ah. Ah, jetzt habe ich den Scheiß-Kurte halten. Selbst wenn ich keine Ahnung habe, wie es weitergeht. Okay, das ging in die Hose. Kel, was ist passiert? Sieh selbst. Kann in der Luft spotten. Yay, Luftsport. Nicht schlecht. Vielleicht kannst du jetzt mit mir Schritt halten. Binden wir es raus. Was hat das Imperium vor? Sie sind am Tempeleingang und warten auf irgendwas. Dann haben wir immer noch Zeit. Und da verschwindet sie schon. Und jetzt kommen so welche unmöglichen Sprünge dazu. Die werden eben alles an mir fordern, was irgendwo möglich ist. Ich muss meinen Geist freimachen. Ausruhen. So, wo muss ich jetzt lang? Okay, kann weitergehen. Wo muss ich jetzt lang? Hier rechts. Ich bin der Meinung, hier war ich doch schon. Ich glaube, einfach mal durch. Halt. Den Kampf nicht möglich einzusetzen. Na, super. Er ist jetzt verloren. So. Bin ich doch in keinem Kampf mehr. Jetzt müsste ich doch eigentlich wieder zurück können. Das wäre eine Abkürzung gewesen. Oh Mann. Egal. Geht es jetzt hier runter für mich oder nicht? Ich kann da oben lang oder ich kann da runter? Greifpunkt. Ich weiß nicht, ob ich den Sprung schaffe. Nope. Dann kann ich dann wieder hoch. Okay. Die Aktivierung dieses Bohrers wird eine Weile dauern. Hoffentlich kann Maren sie bremsen. Oh ja, Moin. Da besiegt er oder fliegt er gleich wieder hoch? Ne, da unten fliegt er. Ganz elegant langsam runter. Okay. Wie geht's dir, BD? Hast du Spaß da hinten? BD, hast du Spaß? Ja, ja. Oh nice. Okay. Ja, also wir haben hier richtig viel Spaß. Ei, ei, ei. Ich hab keine Macht mehr. Warum nicht? Habe ich so viel Macht verbraucht? Mann, Mann, Mann. Muss ich hier runter oder darüber sprengen? Ah, darüber. Ah. Schön. Ist das jetzt eine Abkürzung oder ist das irgendwie, dass ich darüber zurück kann? Ich glaub, dass ich da zurück kann. Unglaublich. Aber das wird das Imperium nicht davon abhalten, alles in Schutt und Asche zu legen. Und der nächste Sprung. Okay, ich glaube, hier weiß ich, wie ich's machen muss. So, und dann komm ich da hoch. Ah, die Frage ist, muss ich jetzt da lang, oder? Ach. Und entschlossen halt. Dann geht. Dann geht. Zur! Er geht teuer! Njam, njam, njam. Ist fast stock. Ich sehe dich. Guck mal, diese Jetpack-Trooper, ey. Ah! Sollen wir nicht auf die Nüsse gehen? Wäre da unten jetzt was gewesen? Okay. Das ist wichtig zu wissen. Ah! Zum Glück haben wir sie vor dem Imperium gefunden. So, wir können jetzt einmal... Ne, da können wir nicht lang. Hier ist auch niemand. Okay, wo muss ich denn jetzt lang? Da ist ein Weg. Inshaft. Achso. Ich muss mich beeilen. Bruder Amias kann sich nicht ewig verstecken. Du weißt, was du zu tun hast. Zuflucht für alle, die danach suchen. Klingt zu schön, um wahr zu sein. Beeindruckend. Das hat nur nicht so ganz funktioniert mit dem sicheren Hafen, ne? Und durchatmen. Gut. Dann würde ich sagen... Kleiner Cliffhanger, was als nächstes passiert. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trohot Rhein. Tschö, tschö. Tschö, tschö! Tschö, tschö! Untertitelung. BR 2018